Hallo, ich bin die Carina von Carina Süße Welt. Heute gibt es das Rezept für eine leckere Beeren-Torte. Da sind Johannisbeeren drin, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Ihr werdet das sehen im Video. Und es gibt Quark ist dabei, Sahne ist dabei. Es ist ein wunderbares Geschmackserlebnis. Viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt ist hier der Biskuitboden, der Schokobiskuitboden. Den habe ich gestern gebacken, das ist ausgekühlt. Ich habe ihn schon geschnitten in vier Böden. Dann geht es weiter zur Füllung. Dafür habe ich ein Pack von dieser Beerenmischung. Das sind 750 Gramm, die sind tiefgefroren. Die kann man auftauen lassen. Ich habe jetzt hier 500 Gramm zum Verarbeiten genommen. Das heißt, 52 Gramm sind noch in der Tüte. Die kann man nachher zur Dekoration nehmen oder auch zwischen der Creme zum Reinlegen. Man sollte nur darauf achten, dass die nicht gefroren sind, weil die sonst Wasser lassen und dann die Torte aufweichen können. Also kommen die nachher in den Sieb und die werden dann richtig aufgetaut. Dann brauchen wir ein Pack Puderzucker. Ich habe hier 52 Gramm Zucker. Die werden mit den Beeren jetzt benutzt. Dann habe ich zwei Pack Gelatine A6 Blatt. Es gibt aber auch ein Pack A12 Blatt. Also es sollten 12 Blatt Gelatine sein. Dann vier Sahne steif. Zwei Quark A52 Gramm. Und zwei Schlagsahne A200 Gramm. Dann gehen als nächsten Schritt die Beeren in einen Topf. Und da kommt der Zucker drauf. Und dann wird es erstmal erhitzt. Während die Beeren schmilzen mit der Hitze und dem Zucker, werden die Gelatineblätter eingeweicht. Es ist wichtig, dass immer einzeln ins Wasser kommen, damit sie nicht verkleben. Alle zwölf Stück. So, ich habe jetzt hier die Beeren. Die waren immer auf Stufe 2, 3, also wirklich ganz schwach eingestellt. Jetzt nehme ich den Pürierstab und püriere etwas diese Beerenmischung. Nachdem die Beeren jetzt püriert sind, drehe ich mal kurz auf die Herdplatte. Lass es mal aufkochen, damit das noch dickflüssiger wird. Und dann kommt es weg von der Herdplatte. Und immer rühren. Nicht vergessen, dass es anbrennt. Vor allem wegen dem Zucker, der drin ist. So, die Beeren haben jetzt eine wunderschöne tiefrote Farbe bekommen. Ihr seht, die ist schon dickflüssiger geworden. Auf jeden Fall als vorher. Das lasse ich jetzt etwas abkühlen. Dann geht es weiter mit dem Quark. Ich habe jetzt schon 2 Quark reingetan. Also 2 Pack, A52, 50 Gramm. 2 Sahnesteife habe ich schon rein. Und jetzt mache ich ca. die Hälfte von dem Puderzucker rein. Und dann wird das erstmal verrührt mit einem Rührgerät. So, das reicht. Es ist wunderbar cremig geworden schon. Und dann geht es weiter mit der Sahne. So, jetzt habe ich hier die Sahne. Das sind 2 Päckchen Sahne. Die werde ich jetzt erstmal aufschlagen. Dann kommt der Puderzucker noch rein. Der restliche. So, der Puderzucker setzt drin. Jetzt kommen noch die 2 Sahnesteife rein. So, die Sahnesteife sind jetzt auch schon. Die Sahne fängt jetzt schon an, steif zu werden hier. Mal aufpassen, dass man die nicht überschlägt. Und dann können wir schon diese Sahne mit der Quarkmasse vermischen. Das hier ist die Quarkmasse. Und da kommt jetzt diese Sahnemasse rein. Hier habe ich jetzt die Quark-Sahnemasse. Die schmeckt wunderbar. Ich habe es gerade probiert. Ein Traum. Jetzt habe ich hier die Beeren. Die kochen nicht mehr. Die sind ja von der Heidplatte runter. Sie dampfen noch etwas. Aber das ist ganz okay für die Temperatur mit der Gelatine. Die kommt nämlich jetzt rein. Dafür drücke ich immer ein Blatt aus. Das Wasser ausdrücken. Und dann wird es hier reingegeben. Und verrührt. Und mit der Temperatur löst sich die Gelatine auch sehr schnell auf. Und das mache ich jetzt mit allen 12 Blatt, die in dem grünen Becher sind. In der grünen Schale. Mein Sohn ist ganz begeistert. Der steht hier. Mit einem Hocker. Mit einem Hocker, ja. Damit er auch gut sehen kann. Ja, und ich bin 5 Jahre alt. Und sehr neugierig. So wie ich. Ja, wie gesagt, noch niemals die gesehen. So, beide Cremes kommen jetzt in die Kühlung. Ich würde sagen, so für circa 15 Minuten. Da die Beeren ja auch noch ziemlich warm sind. Und wenn die jetzt mit der Sahne vermischt werden würden, will die Sahne sich verflüssigen. Das möchten wir natürlich nicht. Deswegen kommt es jetzt erstmal in die Kühlung für 15 Minuten. Und wir sehen uns gleich wieder. Die beiden Cremes waren jetzt in der Kühlung für 20 Minuten. Ihr könnt sehen, das ist wie eine Art Marmelade geworden. Also richtig schön sämig. Und die Creme konnte ja auch kühlen. Also der Quark mit der Sahne. Und ich werde jetzt bei Cremes vermischen. Werde aber nicht sofort alle die ganze Beerenmasse hier in die Sahne geben. Sondern gebe erstmal einen Löffel von der Sahne hier rein. Das sind mein Temperaturangleich. Und dann Stück für Stück wird das dann vermischt. Und aufgelöst. So, ich mache das jetzt hier mit einem Rührbesen. Das geht besser als mit einem Löffel. So, jetzt wird es schon heller geworden. Die Farbe. Dann kommt der nächste Löffel rein. Jetzt habe ich zwei, drei Löffel. Es riecht wunderbar. Ganz frisch nach Beeren. Seht, die Farbe wird jetzt immer heller. Und jetzt kann ich dann auch die Beeren hier reingeben. So, und jetzt würde ich euch empfehlen, sobald das hier alles gut vermischt ist, die Creme zu probieren. Ob es für euch noch schmeckt, ob ihr noch irgendwas dazu machen möchtet. Das werde ich jetzt auch machen. Wunderbar. Es ist nicht zu süß. Falls ihr euch unsicher wart, wegen dem Zucker vorhin. Es ist nicht zu süß. Und zwar kommt es daher, dass die Beeren sauer sind. Und der Quark ist auch sauer. Deswegen solltet ihr euch gewundert haben. Ihr probiert es am besten. Wenn es für euch gut ist, dann ist es super. Wenn ihr noch mehr Zucker wollt, dann fügt einfach noch etwas Puderzucker hinzu. Der schmilzt besonders leicht. Leichter ist der haffinierte Zucker. Und dann geht es auch schon gleich ans anstreichenden Befüllen der Torte. Weiter geht's mit der Befüllung der Torte. Dafür streiche ich wieder etwas Creme hier auf diese Tortenplatte. Und dann fange ich an mit dem ersten Boden. Der sollte schon in der Mitte liegen. Dann kommt der Tortenring drauf. Dann wird ca. ein Drittel der Creme reingefüllt. Da sie ziemlich flüssig ist noch, nehme ich dafür jetzt einen Schapflöffel. Man merkt, dass sie jetzt anfängt zu gelieren. Aber sie ist halt schon noch sehr flüssig. So, dann streiche ich sie einigermaßen glatt. Aber da sie flüssig ist, verläuft sie auch ziemlich noch. Dann kommt der zweite Tortenboden drauf. Da wird er auch wieder aufgefüllt. Ich habe ja ziemlich viel Gelatine reingegeben und sahne steif in den Quark und in die Sahne. Damit das dann nachher auch richtig schön fest wird. Dann kommt der dritte Tortenboden drauf. Und dann passt er dann die ganze Creme jetzt wieder drauf. Dann wird wieder verstrichen. Und dann kommt der letzte Boden drauf. Und jetzt mache ich noch die ganz kleinen, ja, die Reste, die jetzt noch in der Frühschüssel sind. Die verstriche ich jetzt noch oben auf den Teig, damit der Teig oben nicht austrocknet. Und jetzt mache ich zur Stabilität wieder meine Strohhalme rein. So, und dann schaue ich, wie die Creme geblieben ist. Also hier schneide ich ab. Am besten nämlich vier Stück, weil das tatsächlich jetzt ein bisschen größer ist als letztes Mal. Und dann kommen die vier Stück da rein. So, ich habe jetzt die Strohhalme geschnitten. Und dann kommt es wieder rein. Ich habe es ein bisschen kürzer gemacht. Die müssen ja nicht ganz bis oben sein. Es geht darum, dass sie halt zwischen den Böden Stabilität geben. Zufälligerweise habe ich die auch in der gleichen Farbe. Also rosa, violett. So. Und jetzt einfach nochmal mit etwas Creme drüber streichen. So, Löcher sind zugedeckt und wir sehen uns dann in zwei bis drei Stunden. Weiter geht es mit der Deko, mit dem Außenstreichen, der Torte und der Dekoration. Dafür nehme ich jetzt ein Pack Speisequark mit jeweils einem Sahnesteif und drei Pack Schlafzahne mit Sahnesteif. Dazu benötige ich noch Puderzucker und Farbe, Lebensmittelfarbe. Die habe ich hier. Da habe ich einige verschiedene. Ich fange an mit dem Quark. Den werde ich jetzt erstmal mit dem Sahnesteif durchführen, damit er schön geschmeidig ist. Und auch noch etwas Puderzucker. Das war jetzt nach Gefühl, aber wie gesagt, sagt er immer, jeder hat einen Geschmack von Süße. Einige mögen es saurer, einige mögen es süßer. Danach könnt ihr euch schon öffnen. Quark ist fertig. Und dann geht es weiter mit der Schlagsahne. Ah, und was ich noch vergessen habe, ich gebe noch etwas Vanille mit rein, damit es auch einen guten Geschmack hat. Außer Quark und Sahne hat natürlich auch schon Geschmack. Aber ein bisschen Vanille schadet nie. Dann kommt wieder Kruierzucker rein. Aber wie gesagt, nachher kommt der Quark hier rein und dann probiert er einfach, ob es Essens genug ist. So, die Sahnesteifung ist also auch an, schweif zu werden. Dann mache ich jetzt noch Sahnesteif rein. So. Die Sahnesteif sind jetzt drin. Und jetzt mache ich hier noch den Quark kurz rein. Und dann rühre ich nochmal auf niedriger Stufe alles durch, damit es sich auch gut mit der Sahne vermischt. Dann kommt die Creme ganz kurz jetzt mal in die Kühlung und ich hole die Torte raus. Und hier ist die Torte, die war jetzt mehrere Stunden in der Kühlung. Ich war unterwegs mit meiner Familie und das war auch ganz gut so, denn damit konnte die Gelatine gelieren. Also die Torte sollte mindestens drei Stunden in die Kühlung, bevor er sie wieder löst vom Tortenring. Ich mache den jetzt mal hier auf. Dann fahre ich hier mal rum und löse den Tortenring. Wirklich schön geworden. Hier seht ihr die Torte von der Seite. Ihr seht, sie sieht echt gut aus mit den Böden und der Creme. Ist schön cremig. Hier oben. Und jetzt werde ich sie erst mal einstreichen. Und jetzt werde ich sie erst mal einstreichen. jetzt werde ich sie Cheers. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Tränen übrig, die färbe ich jetzt ein in verschiedenen Schüsseln. Seht man das hier? Das ist Violett von Wilton. Dann haben wir wohl diese Farbe Pink. Die lasse ich noch stehen, da habe ich mich noch nicht entschieden, wie ich sie einfärben möchte. So, ich habe jetzt wie gesagt die Creme in Spritztülle gefügt. Ich habe einmal diese Spritztülle hier. Dann fange ich mal an. Dann kommt die andere, die ist immer noch etwas kühler. Die Tortel ist jetzt in die Kühlung gegangen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich hatte das Gefühl, dass die Tortel dringend in die Kühlung muss, bevor mir alles runter sackt, weil die Creme zu warm wird. Die ist jetzt erstmal in der Kühlung, wie gesagt, aber ich möchte doch noch etwas dekorieren in Weiß oder in einer anderen Farbe, weiß noch nicht so genau. Auf jeden Fall brauche ich noch ein Pack Schlagsanne, deswegen sage ich es euch, dass mir die Creme nicht ganz gereicht hat. Ich mache jetzt noch eine Schlagsanne auf. So, ihr seht, ich habe jetzt fast die Creme aufgebraucht, die weiße. Ich finde es passt ganz gut. Etwas Glitzer ist auch drauf, sieht man nicht so sehr. Genau, das ist meine Torte. Das ist meine Torte. So. Das ist meine Torte. So. 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 Untertitelung. BR 2018